In diesem Video soll es um physikalische Größen gehen. Physikalische Größen kommen in der Elektrotechnik vor, aber auch in allen möglichen anderen technischen Fachrichtungen. Ein Beispiel für eine physikalische Größe wäre zum Beispiel eine Länge oder eine Strecke. Und hier kann man sich vorstellen, dass man zum Beispiel eine Länge angeben würde mit 10 Kilometern. Wie man hier schon an der Farbgebung erkennt, besteht diese Angabe 10 Kilometer aus drei Teilen. Und zwar in Blau aus einem Wert, das ist der hier, in dem Falle 10. In Lila aus einer Einheit. Und dabei dient eine Einheit dazu, physikalische Größen zu unterscheiden. Also wenn wir so etwas wie Meter sehen, wissen wir es geht um Längen. Wenn wir so etwas wie Volt sehen, wissen wir es geht um Spannungen. Wenn wir so etwas wie Ampere sehen, wissen wir es geht um Ströme. Und zusätzlich noch ein sogenanntes Präfix oder einen sogenannten Einheitenvorsatz. In diesem Falle das Kilo. Das Kilo speziell sagt uns, dass wir nicht 10 Meter haben, sondern 10.000 Meter. In diesem Falle hier steht das Kilo wirklich für einfach eine 1.000. Weil wir zu faul sind oder weil es hinterher unübersichtlich wird, so etwas auszuschreiben wie 10.000 Meter, könnte man auch machen, kürzt man das Ganze ab zu 10 Kilometern. Das heißt, man geht dazu über, einen zusätzlichen Buchstaben dafür zu spendieren und zu sagen, dass man hier noch drei Nullen anhängen möchte. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sagen wir mal, schwubelig optische Erklärung für das Ganze. Und gerade das Thema Einheitenvorsätze wollen wir in diesem Video mal ein bisschen näher beleuchten. Vielleicht auch, wie man mit Einheitenvorsätzen überhaupt rechnet. Um mal eine Übersicht zu bekommen, was es in dem Bereich eigentlich alles gibt, hilft Wikipedia. Da gibt es einen entsprechenden Artikel, wie man hier oben sehen kann, Vorsätze für Maßeinheiten. Und da sieht man, dass es eine ganze Reihe von Vorsätzen für Maßeinheiten gibt. Das fängt mit dem sogenannten Jota an. Jota steht für eine Zahl, eine Quadrillionen, also eine Eins mit 24 Nullen, eine gigantisch große Zahl. Das Jota werden wir in der Elektrotechnik eigentlich nie brauchen. Es geht dann weiter mit einem CETA, einem EXA. Das EXA hat man vielleicht in letzter Zeit schon mal gehört. Wenn es um solche Dinge geht, wie Daten, die Google über uns sammelt, dann geht das in die EXA-Byte. Ansonsten wüsste ich tatsächlich in der normalen Welt keine Größe, wo wir das EXA als Präfix bräuchten. Es gibt das sogenannte PETA. Das hat man vielleicht öfter schon mal gehört, gerade bei Datenaufkommen. Terra kennt jeder von seinen Festplatten. Das GIGA kennt jeder von seinem Speicher, Arbeitsspeicher. Oder auch im Handy, SD-Karten. Das MEGA entsprechend auch. Kilo kennt man von Kilogramm. Hekto ist ein besonderes Präfix. Das kommt meistens bei Volumina vor. Also man spricht ab und zu mal von Hektolitern oder sowas. DK muss ich ehrlich gestehen, ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Zumindest nicht in der Anwendung. Ich weiß, dass es das gibt. Dezi kennt man vom Längenmessen. Der Dezimeter. Centi kennt man auch vom Längenmessen. Zentimeter. Milli gibt es auch. Bei Längen zum Beispiel. Gibt es aber auch bei Spannungen. Milli Volt oder Milli Ampere. Bei Strömen. Mikro, Nano, Pico. Das Femto ist dann ungefähr die Grenze dessen, was wir als Elektrotechniker brauchen können. Denn unter das Femto bzw. bis zum Femto kommen wir eigentlich gar nicht. Für Elektrotechniker ist im Grunde genommen alles von dem Pico bis zum, ja, sagen wir mal Giga, vielleicht noch Tera relevant. Und wenn wir uns mal angucken, was diese einzelnen Buchstaben und diese Vorsätze hier eigentlich genau bedeuten sollen, dann sehen wir hier ein gewisses System, wobei wir hier noch ein paar Kandidaten haben, die das System wieder kaputt machen. Wenn wir zum Beispiel mal vom Peta, was eine 1 mit 15 Nullen sein soll, zum Tera wechseln, dann merken wir, wir verlieren hier drei Nullen. 15 auf 12. Wenn wir vom Tera auf das Giga wechseln, merken wir, wir verlieren wieder drei Nullen. Von 12 auf 9. Wenn wir vom Giga zum Mega wechseln, verlieren wir wieder drei Nullen. Wenn wir vom Mega zum Kilo wechseln, wieder drei Nullen. Und jetzt kommen die Kandidaten, die uns das ganze System ein bisschen kaputt machen, nämlich hier das Hektro und das Dekar. Das ignorieren wir mal geflüssentlich. Wenn wir jetzt vom Kilo nochmal drei Nullen streichen, sind wir quasi auf dieser Ebene hier. Das wäre ja kein Präfix. Das wäre also so eine Angabe wie ein Meter. Da steht nichts vor dem Meter, sondern ein Meter ist ein Meter. Wenn wir jetzt kleiner werden wollen, dann gehen wir bei Längen gerne mal auf DC und Centi, wobei das Längen eigentlich das Einzige sind, wo man DC und Centi wirklich benutzt. Normalerweise bei allen anderen physikalischen Größen wechselt man eigentlich von keinem Vorsatz auf das Milli. Das heißt, das ist das nächst kleine und dann wechseln wir von 10 hoch 0, also von 1, auf 10 hoch minus 3. Verlieren also wieder drei. Und jetzt geht das Spiel weiter. Von Milli nach Mikro verlieren wir wieder drei. Von Mikro nach Nano verlieren wir wieder drei. Und so weiter und so fort. Das heißt, unser Präfixsystem, was wir haben, ist so aufgebaut, dass wir quasi immer tausender Schritte machen zwischen unseren einzelnen Präfixen, die wir so haben. Und unsere Aufgabe besteht später mal darin, mit diesen Präfixen rumrechnen zu können. Das heißt, wir möchten solche Sachen machen wie Umrechnungen zwischen verschiedenen Präfixen. Und dazu möchte ich mal ein paar kleine Beispiele machen. Ich denke, aus den Beispielen heraus ergibt sich dann eigentlich, wie es funktioniert. Und damit kann man dann auch die entsprechenden Aufgaben lösen.